Bei unserer letzten Immo-Spektrum-Sendung haben wir schon einiges über grundsätzliche Vertragsabwicklungen gehört. Heute wird uns Herr Dr. Leis etwas über das Grundverkehrsgesetz erzählen und über die Möglichkeiten einer Ferienwohnung. Herr Dr. Leis, wie schaut es aus? Darf bei uns jeder kaufen Immobilien, Wohnungen? Bei uns wird das geregelt durch das Tiroler Grundverkehrsgesetz. Von diesem Gesetz hat jeder schon einmal gehört. Das ist viel in den Zeitungen, es wurde viel aufgehoben. Wir haben im Grundverkehrsgesetz Regelungen, die im Prinzip sagen, welche Person, ob natürliche Person oder juristische Person in Tirol eine Immobilie, ein Grundstück, eine Wohnung, eine Vorsorgewohnung oder eine Ferienimmobilie kaufen darf. Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union sind alle EU-Bürger gleichgestellt. Ein Tiroler oder ein Wiener ist einem Spanier oder einem deutschen Erwerber gleichgestellt. Wenn man gerade das Beispiel Wohnungen zur Eigennutzung heranziehen will, dann darf jeder EU-Bürger zu den gleichen Voraussetzungen eine Wohnung in Tirol erwerben. Ein bisschen anders ist es mit den Freizeit- und Ferienimmobilien. Da muss eine Wohnung von der örtlichen Gemeinde als Ferienwohnsitz festgestellt sein. Dann kann man auch eine Wohnung zu Urlaubszwecken erwerben. Stichwort Vorsorgewohnung. Die kann auch jeder EU-Bürger dann kaufen, wenn er sie der dauerhaften Vermietung an Ortsansässige oder auch an EU-Bürger, die dauerhaft da wohnen, vermieten. Aber man braucht keinen Hauptwohnsitz, wenn man eine Ferienwohnung kaufen will. Das sagt ja schon der Ausdruck Ferienwohnung, dass man die eben zu Urlaubszwecken nützen kann. Besonders beliebt im Rahmen Kitzbühel von sehr vielen Urlaubsgästen, die diese Gegend einmal kennengelernt haben und von sehr finanzstarken Leuten, teilweise auch aus dem Osten. Und da kommen wir natürlich auch schon zu dem Thema, darf zum Beispiel ein Scheich oder ein Russe bei uns was kaufen. Nachdem diese Länder nicht der Europäischen Union angehören, dürfen Personen aus diesen Ländern nur unter ganz speziellen Voraussetzungen eine Immobilie erwerben. Da braucht es dann schon eine spezielle Genehmigung, die aufgrund eines öffentlichen Interesses erteilt werden würde. Danke, Herr Dr. Leis, für diese Informationen. Das war es von unserem Ratgeber. Wir wachen jetzt Wohnträume wahr, denn wir haben wieder die schönsten Immobilien für Sie herausgesucht. Vielen Dank. Danke. Danke.